Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo hier bei Florence Keto World. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich heute mit dir meine absolute Leibspeise zuzubereiten. Dieses Rezept, als ich das damals entdeckt habe, habe ich mir nur gedacht so, wow, dass das ketokonform geht. Da haben sich echt bei mir alles mögliche verändert, denn ich liebe dieses Rezept. Ich liebe dieses Gericht und ich werde es heute mit dir ketokonform zubereiten. Und ich spreche vom Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn ist einfach nur so lecker. Es ist einfach so fluffig, so richtig schön vanillig. Wow, Kaiserschmarrn, da könnte ich mich reinsetzen. Ich stehe schon total auf Pfannkuchen, aber Kaiserschmarrn ist nochmal Next Level, liebe Leute. Und heute zeige ich dir ein ultra einfaches Rezept, wie du ganz einfach den Kaiserschmarrn ketokonform, ohne Zucker und ohne Mehl zu Hause zubereiten kannst und dass du immer eine leckere Süßspeise mit am Start hast. Und ich würde auch mal sagen, wir starten mal direkt mit den Zutaten, denn wir brauchen wirklich nur wenige Zutaten. Wir brauchen Eier, wir brauchen gemahlene Nüsse nach Wahl. Ich habe hier Walnüsse genommen, man kann aber auch Mandeln nehmen oder Mandelmehl. Dann brauchen wir etwas Zimt, Mandelmilch und eine Süße nach Wahl. Ich habe mich hier für einen Coffee Creamer entschieden, Sweet Cream heißt der, mit MCT und Fettsäuren drin. Ihr könnt aber auch einfach Erythrit nehmen oder nehmt einen Vanilleproteinpulver oder was auch immer euch schmeckt. Und diese Zutaten habe ich jetzt tatsächlich nicht da, die kann ich euch aber auch nur ins Herz legen. Und die habe ich auch in die Videobeschreibung reingeschrieben. Das sind Flohsamenschalen, dass ihr davon auch ein bisschen was reinmacht, weil das macht das Ganze ultra, ultra fluffig. Deswegen, die habe ich hier in Spanien nicht gefunden, deswegen die auf jeden Fall auf keinen Fall vergessen. Und wenn du auch Lust hast, mehr solche einfachen, unkomplizierten und vor allem auch ausgefallenen oder außergewöhnlichen Rezepte zu entdecken, dann kannst du gerne auch einfach mal bei meinen E-Books vorbeischauen. Ich habe fünf E-Books geschrieben mit verschiedenen süßen, salzigen Rezepten. Frühstück, Mittag, Abendessen, Kuchen, Kekse, alles was uns Herz begehrt. Schau da gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da findest du ein paar Rezepte. Aber ich will nicht gar nicht groß drum herum reden, denn ich möchte direkt loslegen, weil ich habe nämlich Lust auf Kaiserschmarrn. Und deswegen starten wir mal direkt. Und heute mache ich mir tatsächlich mal die Mühe, weil ich keine Flohsamenschalen habe, werde ich die Eier trennen und das Eiweiß schaumig schlagen. Denn das, liebe Leute, macht das Ganze auch nochmal ein bisschen fluffiger. Das kann ich euch so oder so ans Herz legen, auch wenn ihr noch Flohsamenschalen zusätzlich reinmacht. Oh mein Gott, dann wird das ein absolut fluffiger Traum. Also das Ei trennen ist immer nicht so einfach, ja. Genau, zack. Und dann gebe ich auch schon mal das Eigelb einfach hier in meine Nüsse rein. Da habe ich immer so ein bisschen Stress, wenn ich die Eier trennen muss. Gar nicht so einfach. Und jetzt schlagen wir das Ganze mal zu einem Schnee, Eischnee. Ich habe hier so einen coolen Handmixer. Ja, ich habe schon Ewigkeiten keinen Eischnee mehr geschlagen. Deswegen, aber ja, gut, den Kipp-Test mache ich jetzt mal hier nicht, aber ja, ist schön fluffig geworden auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Und jetzt verrühre ich hier nochmal das Eigelb mit den Nüssen. Einfach, dass wir einen schönen, sämigen Teig haben. Auch hier kann man natürlich das Handrührgerät zur Hand nehmen, wenn man gerne möchte. Ich mache das jetzt einfach mal so. So. Da kommt jetzt noch ein bisschen Mandelmilch rein. Guter Schuss. Dann wird das Ganze auch ein bisschen einfach, ein bisschen sämiger, ein bisschen sämigerer Teig. Die Nüsse haben jetzt auch einfach schon das Fett. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel entöltes Mandelmehl nimmt, da wird das Ganze ein bisschen anders sein, als wenn ihr jetzt gemahlene Nüsse nehmt zum Beispiel oder gemahlene Mandeln. Genau. So. Was für mich nie fehlen darf, ist ein bisschen Zimt. Und dann meine Süße kommt da auch noch mit rein. So. Und alles gut verrühren. Jetzt würde man hier dann noch ein bisschen die Flohsamenschalen reinmachen. Also man braucht da wirklich nur so einen Teelöffel. Also wirklich nicht zu viel, weil sonst wird das Ganze ein bisschen schleimig. Aber wenn ihr jetzt Flohsamenschalen, gemahlene Flohsamenschalen zu Hause habt, dann unbedingt auch hier einen Teelöffel reinpacken. So. Und jetzt vermengen wir dann, jetzt haben wir hier schon mal einen schönen Teig, das Eiweiß, noch mit den restlichen Zutaten, heben wir das mal ein bisschen unter. Da ist schön fluffig geworden. Deshalb erhöht jetzt gleich nochmal das Volumen von dem Teig. So. Das Coole an diesem Kaiserschmarrn-Rezept ist einfach, dass es eigentlich Zutaten sind, die man auch immer zu Hause hat. Das heißt, ihr könnt das auch nach Belieben variieren. Ihr könnt vielleicht andere Nüsse verwenden. Ihr könnt auch einfach andere Sachen mit reinmachen. Zum Beispiel auch einen Palmbeeren oder Kokos zum Beispiel. So ein Kokos-Kaiserschmarrn ist auch ultra lecker. Oder noch ein bisschen Vanille oder was auch immer ihr so zu Hause noch findet. Und jetzt haben wir hier wirklich schon einen richtig guten, richtig fluffigen Teig. So muss das sein. Vorsichtig unterheben. Richtig schön locker. Wirft schon schön blasen. Das ist super, weil dann wird das Ganze richtig, richtig fluffig. Und den backen wir jetzt aus. So. Pfanne an. Hier macht man jetzt einfach Fett nach Wahl rein. Also was man eben möchte. Kokosöl, Butter zum Beispiel, was auch immer. Am besten ein geschmacksneutrales Öl. Und jetzt lassen wir die Pfanne mal heiß werden. Und dann packen wir das da rein. Werden dann versuchen, den zu wenden, sofern es geht. Ansonsten werde ich ihn vorher in Stücke zerreißen. Und dann wird der in Stücke zerrissen. Ich glaube, dadurch, dass der Teig so ultra fluffig ist, ist das jetzt auch relativ einfach. Am besten nehmt ihr eine beschichtete Pfanne, damit es nicht festklebt. Weil ihr kennt ja das ganze Pancake-Desaster. Kaiserschmarrn ist auch einfach entstanden, glaube ich, weil ein Pancake kaputt gegangen ist oder nicht geglückt ist. Und das wurde dann einfach zu einem ganz großen Schmarrn, wie man in Bayern sagt. Also Quatsch. Und so ist, glaube ich, der Kaiserschmarrn tatsächlich entstanden. Das heißt, ich auch ganz oft, wenn ich den Pancake nicht gewendet bekomme, dann wird daraus einfach ein Kaiserschmarrn. So, wenn die Pfanne dann heiß ist, dann kommt die Teigmasse hier jetzt mal rein. Man kann wirklich das Volumen fast verdoppeln, wenn man hier Eilschnee reinmacht. Sehr cool. Und jetzt lassen wir diese eine Seite mal stocken, hier auf voller Hitze, bevor ich dann die Temperatur etwas runterdrehe. Und dann kann man das Ganze auch schon wenden. Aber jetzt lassen wir erstmal hier das Ganze stocken. So, ich habe jetzt eben schon unten geguckt. Es ist schon auf jeden Fall unten recht braun angebräunt. Jetzt werde ich mal probieren, das zu wenden. Ansonsten, wenn ihr euch schwer tut, könnt ihr den auch einfach in der Mitte schon mal durchschneiden, weil wir werden den ja sowieso zerkleinern dann. Und dann könnt ihr nämlich immer die Hälften wenden. Das ist manchmal deutlich einfacher als alles zu wenden. Okay, in dem Fall werden es jetzt Viertel. Okay, da muss ich jetzt hier den Vierteln wenden, aber geht auch. Machen wir jetzt hier einfach. Ich viertel den jetzt, weil eben dadurch, dass der so fluffig ist, lässt er sich natürlich nicht ganz so einfach wenden. Aber es ist ja wichtig, dass der einfach von allen Seiten ein bisschen angebraten wird. Deswegen könnt ihr ihn auch schon so ein bisschen zerkleinern. Und es riecht schon richtig, richtig lecker. So, einfach jetzt die einzelnen Stücke rundherum nochmal ein bisschen anbraten, damit auch wirklich das Ei gut durchgegart ist. Der ist jetzt natürlich ein bisschen braun, einfach weil ich auch keine blanchierten Nüsse genommen habe, sondern einfach ganz normale Walnüsse gemahlen. Wenn ihr natürlich so ein Wandelmehl nehmt zum Beispiel, dann wird der auch nicht, dann wird der auch ein bisschen weißer. Aber am Geschmack tut sich da tatsächlich dann nichts. Und jetzt werde ich einfach hier noch ein bisschen die Stücke anbraten. Dann können wir das Ganze nämlich dann auch schon anrichten. So, ich habe den Kaiserschmarrn jetzt hier fertig angerichtet. Und ich werde jetzt so ein bisschen dunkle Schokoladenstückchen da einfach nochmal obendrauf machen. Und dann kommt noch ein bisschen Zimt obendrauf. Wer will, kann natürlich auch ein bisschen Puder-Erythrit oben drüber machen. Jetzt die Schokolade, die schmilzt jetzt so richtig schön. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, noch Flohsamenschalen zusätzlich drin habt, dann ist das Ganze auf jeden Fall deutlich, deutlich fluffiger. Und dann ist es richtig, 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 richtig perfekt von der Konsistenz. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen Zimt kommt noch obendrauf, habe ich gesagt. Mache ich jetzt noch einen Geschmackstest. Damit ihr nämlich auch seht, ob der denn auch so gut schmeckt, wie er riecht. Und da werde ich jetzt mal hier ein Stückchen probieren. Richtig, richtig, richtig.